Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich war eine Weile weg. Warum, wieso? Ich habe meine MPU-Vorbereitung angefangen. Wenn ihr die Story hören wollt, bleibt einfach dran. Bis gleich. Ja Freunde, was soll ich euch sagen, was soll ich euch sagen? Die MPU-Vorbereitung ist im vollen Gange. Wer mich hier schon eine Weile verfolgt, weiß, ich hatte ein kleines Drogenproblem. Um mal ganz kurz einzusteigen, wie komme ich überhaupt zur MPU? Warum muss ich das machen? Also ich war zwei Jahre lang QSMF-süchtig. Geht nicht ewig gut. Irgendwann haben mich die Cops gepackt. Das war ein ganz normaler Morgen. Ich bin zur Arbeit gefahren mit dem Auto. Ich meine, irgendein Licht ging nicht oder irgendein so Müll. Halt irgendwas, dass die mich angehalten haben auf jeden Fall. Ja, Katzenstreu. Machen sie bitte Alkoholtest, Drogentest, alles hin und her. Und da hatte ich 230 Nanogramm Mephamphetamin pro Milliliter Blutserum. So, nennt man es, glaube ich. Also ich war auf Mephamphetamin, um es kurz zu sagen. Ja, alles schön, alles hin und her. Und am Ende des Tages dann habe ich eine fünfjährige Sperre gefangen. Also mir wurde der Führerschein entzogen. Ich habe auch ein Fahrverbot bekommen. Fünf Jahre Fahrradfahrer, bis heute immer noch. Der ganze Spaß war 2018. Und natürlich hätte ich das jetzt schon eher wieder anfangen können alles. Aber dann musste mein Hund mehrmals operiert werden in der Tierklinik in Leipzig. Ich sage mal so, wenn du bei der Anmeldung siehst, dass die eine Geldzählmaschine neben sich stehen haben. Weißt du, das ist teuer. Deswegen erstmal wieder ein bisschen Kohle gespart. Ja, und jetzt in Angriff genommen. Ich dachte, ich mache daraus eine kleine Videoreihe, um die Leute, die es interessiert. Vielleicht hattet ihr auch selbst auch schon mal eine MPU. Ballert so in den Kommentaren, was euch so passiert ist. Würde mich übelst über Tipps freuen. Also wirklich, ich stehe noch ganz am Anfang. Und um Gottes Willen, vielleicht Leute, die das noch betrifft. Damit man einfach mal hört, wie läuft das ab? Wie funktioniert denn das? Ich kann euch gleich sagen, 95% der Leute, die ohne MPU-Vorbereitung zur MPU gehen, die fliegen durch. Im Laufe des Videos erkläre ich euch auch, warum das so ist. Ja Freunde, fünf Jahre bin ich Fahrrad gefahren. Irgendwann war die Zeit rum. Ich habe mir natürlich vor meiner Auskunft in Flensburg geholt, etc. Wie viele Punkte habe ich? Wie lange laufen die Strafen? Der ganze Verlofanz. Natürlich einen Schlag gekriegt, wo ich dann gesehen habe, fünf Jahre. Bin dann irgendwann zur Führerscheinstelle. Die sagte, Herr Streu, ich hole mal ihre Akte. Wir gucken mal, was wir da machen können. Die gute Frau hat die Akte geholt. Brach in Gelächter aus. Kann ich auch nicht mal verübeln. Hat mir halt gezeigt, ja, 230 Nanogramm Methamphetamin. Du, da will ich von dir ein Abstinenzjahr haben. Muss natürlich MPU. War mir natürlich von vornherein klar. Also, ich habe nie dran geglaubt, dass die mir meinen Führerschein direkt wieder gibt. Alles hin, alles her. Ich habe natürlich gleich gefragt, wie haben sie da Stellen, die sie mir empfehlen können. Wenn man bei Google MPU-Test eingibt oder Vorbereitungen, da gibt es so viele Mistfirmen, die dir nur die Kohle aus der Tasche ziehen wollen. Bestes Beispiel, MPU King. Der Gründer hat sich nach Dubai abgesetzt. Schweinemäßig Schulden hier. Ich glaube auch im Haftbefehl in Deutschland draußen mittlerweile. Das sind dann so Firmen, die, da lernst du eine Geschichte auswendig, die du dann dem Prüfer, dem Psychologen erzählen sollst. Die Psychologen, die haben teilweise dieselbe Geschichte direkt hintereinander gehört und solche Faxen. Ganz wirklich vermeidend bei solchen Firmen zu landen am Ende. Deswegen dachte ich, ich frage die gute Frau von der Führerscheinstelle, die mir dann so ein wunderschönes A4-Blatt gegeben, mit den Stellen, die bei mir in der Nähe sind halt, die sowas alles machen. Ich mir natürlich die Stelle, die am nächsten an der dran ist, rausgesucht. Und einfach mal vorstellige Worten habe angerufen, Termin gemacht, zack, zum Erstgespräch erst mal hin. Ja, das Erstgespräch, da wurde mir schon am Telefon gesagt, bitte bringen Sie 100 Euro schon mal mit. Also das ist auch wirklich, das ist gängig so. Also da kommt noch viel Geld zusammen, das werden wir alles gemeinsam erleben, nehme ich mal an. Erstgespräch war erst mal, was habe ich für Fragen, wie läuft diese Vorbereitung ab, diese ganze Vorbereitung zur MPU, was passiert da alles? Der gute Mann wollte von mir zum Erstgespräch, was sollte ich denn alles mitbringen? Alle möglichen Briefe, die ich zu dem Thema hatte, ob das nun Urteile waren, ja von Flensburg, die Auskunft, mit den Punkten etc., alles was damit zu tun hat, wollte er alles haben. Alles natürlich zusammengesucht, hin zu dem Guten und hat dann erst mal erklärt, wie das abläuft. Also erst mal musst du einen MPU-Grundkurs machen, also bei ihm jetzt oder bei dieser Firma, wo ich bin, ich weiß nicht, wie das bei anderen abläuft, bei anderen MPU-Vorbereitungen. Ich erzähle euch nur ja wirklich live, was ich dann so erlebe. Erst mal rein, informell alles, nimmst du noch irgendwas? Oder halt nicht, was hast du genommen, wie viel hast du genommen, wie viel pro Tag oder pro Stunde, je nachdem. Also möglichst viele Infos wollte der auch schon wissen, das fand ich auch gut, so muss es wahrscheinlich auch sein. Und mir wurde gleich gesagt, das fand ich gut, den Satz fand ich richtig gut. Er sagte zu mir, du, das siehst du jetzt vielleicht noch ein bisschen anders, aber jetzt eigentlich nicht um den Führerschein. Eigentlich wollen wir gucken, bist du weg von allem, bleibst du auch weg von allem, das ist das, was wir wollen. Wir wollen dich im besten Fall ja nie wiedersehen. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann kommt der Führerschein von ganz allein wieder. Den Satz fand ich gut, der hat mich wirklich überzeugt, das fand ich Bombe. Ja, Erstgespräch rum, gleich Wochenende drauf, hatten die einen MPU-Grundkurs, bin ich hin. MPU-Grundkurs ging drei Stunden, also wenn wir von Stunden reden, meinen wir Schulstunden, also 45 Minuten. Der Grundkurs kostete 200 Euro, sind wir Stand jetzt bei Kosten von 300 Euro. Eine Erstberatung und ein Grundkurs, 300 Euro. Ja, in dem Grundkurs wurde mir erstmal beigebracht, was passiert denn bei einer MPU. Diese Testgeräte wurden mir gezeigt, wie musst du was testen, diesen Reaktionstest, da gibt es ja so ein Testgerät, musst du dir vorstellen. Haufen Knöpfe mit noch Fußpedalen, du kriegst eine Sekunde Zeit, kriegst eine Verkehrssituation gezeigt und dann Fragen dazu. Keine Ahnung, wo wohnt das Auto links hin, welche Farbe hat der Fußsänger, also Mist. Und natürlich, das Wichtigste, der eigentliche psychologische Test. Wurde mir zum Beispiel, mir wurden einige Dinge mit auf den Weg gegeben, zum Beispiel, also was ich wirklich interessant finde. Einmal, wenn die dich bei der MPU, bei der richtigen MPU-Prüfung fragen, warum bist du nur hier? Würden jetzt so die meisten Normalsterblichen, also ich hätte so beantwortet, naja, ich will meinen Führerschein wieder haben. So in die Richtung. Völlig verkehrt, vergiss das, völlig verkehrt, Bruder. Veränderung ist das Zauberwort. Die wollen dort hören, dass du dich verändert hast, dass sich deine Lebenssituation verändert hat, gefestigt ist, dass du auf keinen Fall wieder in diese Drogenschiene reinkommst. Das ist der Knackpunkt. Immer das Wort Veränderung. Nie, ich will nur meinen Führerschein wieder, ich will das hier bestellen, das ist doch immer Strafe, alles Müll, alles Müll. Also, du musst quasi einem Psychologen beweisen, pass auf, das war mein Ausgangspunkt A, heute bin ich bei Ausgangspunkt B, das ist der Weg dahin. Und das sind heute meine Vermeidungsstrategien, falls, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt, Kumpel auf jemanden allein auf den Tisch lächst, zum Beispiel. Natürlich, Vermeidungsstrategie 1 ist, Freundeskreis komplett wechseln. Kann ich euch auch schon mal sagen. Ja, dieser Grundkurs, wie gesagt, 200 Euro, war dann auch irgendwann rum, stand heute, ich muss zum nächsten Gespräch, jetzt fangen die Einzelgespräche an, jetzt habe ich dann noch mindestens 10 Einzelgespräche mit einem Psychologen, pro Gespräch, glaube ich, wieder 100 Euro, also ist ein Tausender weg. Und da geht es dann wirklich so ums Eingemachte, sage ich mal, also deine Familie, deine Vergangenheit, deine Eltern, also ein Killefitz. Und ganz oft, gerade bei Drogendelikten ist es ja so, das kommt ja nicht von ungefähr, du hast da, oder wir haben ja meist Probleme mit Gefühlen umzugehen. Egal, was für Gefühle, aber mit irgendwas kommen wir nicht klar, ob das Stress ist, ob das, keine Ahnung, ob wir Liebe suchen, ob wir mit bestimmten Sachen nicht umgehen können mit Problemen. Zu 99 Prozent hat Drogenkonsum im Endeffekt was mit Gefühlen und damit umzugehen zu tun. Mir wurde auch angeraten, dass ich möglichst niemanden mitbringen soll zu den Gesprächen. Also zum ersten Gespräch waren meine Freundin mit, einfach um sich das auch mal anzuhören, ja. Und da wurde schon gesagt, pass auf zu den Einzelgesprächen, vielleicht besser, wenn du alleine kommst. Denn da werden die Fragen teilweise wohl auch sehr unangenehm. Was für Fragen, habe ich noch keine Ahnung. Ich werde es euch nach bestem Wissen und Gewissen auf jeden Fall hier in diese Videoreihe reinballern. Ja, ich bin gespannt. Und vor allem die Cola am Ende. Wie viel wird der ganze Spaß am Ende kosten? Und wenn du das bezahlt hast, hast du noch kein Auto. Scheiße. Und durch die Zeit, dadurch, dass 2018 alles war, der ganze Scheiß, könnte es sogar sein, dass ich Führerschein neu machen muss, beziehungsweise die Prüfung. Weiß ich aber auch noch nicht. Aber selbst das ist mir egal. Wenn du so viele Winter mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren bist, ist halt kein Bock mehr. Ich meine, ich höre mich jetzt wahrscheinlich wie ein Waschlappenamt für die Leute, die sowieso immer mit dem Fahrrad fahren. Auf Arbeit, ja im Gottesdienst. Alter. Ich ziehe meinen Hut vor euch, meine Freunde, ganz ehrlich. Es ist die Hölle. Wenn du einmal Autoführerschein hattest und Auto gefahren bist, dicker, der bricht dein ganzes Leben weg ohne Auto. Ob das einkaufen ist, ob das ein Freund besuchen ist, etc. Mein Hund, wo ich mit dem zum Tierarzt musste, ich musste ein Taxi bestellen. Jedes Mal. Der hat Angst vor allem. Da geht in kein öffentliches Verkehrsmittel. Der würde sich aus seinem Geschirr rauswinden. Oh ja. Ja, Freunde, so ist es auf jeden Fall, der Stand heute. Ich wollte euch nur mal auf den Laufenden halten. Wie gesagt, es wird eine kleine Videoreihe. Ich versuche auch möglichst kein Mist erzählen. Wirklich eisgeil, so wie es ist. Und wenn du Bock hast, mich zu begleiten oder zu gucken, mal gucken, ob der Dulli das schafft oder auch nicht, abonniere gerne diesen Kanal. Wenn nicht, dann nicht. So, Freunde, ich bin erst mal da raus. Ich melde mich später. Übermorgen habe ich den Termin am 8. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wird, sage ich mal. Haut rein, ich wünsche euch was. Und für alle, die auch gerade so ein bisschen mit Strucker sind mit Drogen etc. Zieht durch, Freunde. Zieht wirklich durch. Ich kann euch sagen, jetzt mit ein paar Jahren Abstand clean sein. Beste. Beste. Sag ich euch so, wie das ist. Die impufen, das ist ja jetzt legal. Das kann man auch immer mal, ja. Aber selbst das darf ich sagen. Ich habe natürlich 15 Monate Abstinenzzeit bekommen. Warum 15 Monate? Warte, normal sagt man, ein Abstinenzjahr. Das wurde geändert, Freunde. 15 Monate. Yay. Scheiße. Dann, da habe ich zu denen gesagt, passt auf. Das ist ja kein Problem. Ich kann euch ja meinen Schicht planieren lassen, weil ich bin Schichter. Ich habe immer Frühschicht 12 Stunden, Nachtschicht 12 Stunden. Hinher, hinher. Und damit, ich kann ja nicht von Arbeit abhauen und sagen, Jo, Jo, ich muss jetzt zum Urin-Test. Macht's gut. Guckt er mich an, sagt. Ne. Das machen wir nicht. Wie, das macht er nicht. Na, so läuft das nicht. Das muss ja überraschend sein. Na, aber dann kann doch niemand, der berufstätig ist, das irgendwie mit Urin-Tests machen. Am Ende kam raus, dann muss ich natürlich Haaranalyse machen lassen. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Was für ein Zufall. Ja, der erste Haaranalyse ist im März. Das geht dann immer so sechs Monate. Deswegen nochmal. Ich habe natürlich immer mal so Bierchen getrunken. Und mir wurde gesagt, du, Alkohol ist auch nicht. Bei dir testen die auf alles, weil die Angst haben, ähm, wegen Suchtverlagerung. Dass du halt jetzt, jetzt kein Customer nimmst, äh, nimmst, aber halt beim Alk eventuell dabei bist. Ja, somit kein Alk, kein Gras, kein Meff, kein nix. Koffeine, Zucker, das einzige, was ich noch nehmen darf. Aber ist auch nicht schlimm. Also stört mich zum Glück nicht. Gut, Freunde. Jetzt war es das wirklich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt clean. Oder werdet clean. Beziehungsweise alles nur in Maßen. Es ist wie überall. Alles in Maßen, Freunde. Natürlich Meff und so einen Scheiß am besten gar nicht. Ich wünsche euch was. Bleibt stark, Freunde. Und helft euren Freunden, falls, falls ihr jemand kennt, oder so ein Trockenproblem hat. Versucht ihn zu helfen. Oder lasst ihn nicht allein. Haut rein. Tschüss.